Herzlich Willkommen auf unserem Kanal Reisefrei. Wir haben uns einen Open Corsa gemietet, zu einem Preis von 59 Euro für den heutigen Tag und erkunden damit das Tramontaner-Gebirge. Wir fahren von Val de Mossa bis nach Luch und ich kann euch sagen, die Strecke ist nichts für schwache Nerven oder gar Fahranfänger. Ich habe bewusst das Video etwas schneller gestellt, um einen Eindruck zu erwecken, wie so manch einer durch das Gebirge jagt. Besonders häufig findet man Radrennfahrer auf dieser Strecke, bei deren Tempo es einem Angst und Bange werden kann. Also dieses Video ist absolut für Geschwindigkeitsjunkies. Wir hoffen es gefällt euch. Bis dahin eure Isen und Linden. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.